Heute Morgen gegen halb acht wurde unsere Kollegin Bettina Schnell tot aufgewunden. Irgendwelche Kampfspuren? Nö, nix. Für diesen Fall legt sich Lena Odenthal mit ihrem eigenen Ausbilder an. Sie haben mir eine wichtige Information vorenthalten. Bettina observiert auf eigene Faust. Von daher gehen wir davon aus, dass der Mörder hier aus der Schule kommt. Wie können Sie sich es erlauben, eine ganze Schule unter Generalverdacht zu stellen? Der Tatort am Sonntagabend im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017